Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Als ich vor ein paar Jahren damit begann, Kulturwissenschaften zu studieren, durfte ich mich für ein Hauptfach entscheiden und ich wählte die Geschichtswissenschaft. Und die Reaktionen aus meinem außeruniversitären Umfeld waren oft die gleichen. Denn in den Köpfen vieler Menschen wird der Begriff Geschichte gewöhnlich unmittelbar mit dem nationalsozialistischen Deutschland in Zusammenhang gebracht. Und eben das ist für viele ein Thema, dessen sie mehr als überdrüssig sind. Der klassische Geschichtsunterricht an deutschen Schulen tut sein Übriges, dass man allenfalls unter dem Euphemismus Erinnerungskultur ein gewisses Schuldbewusstsein ob des Nationalsozialismus kultiviert. Der niederländische Historiker Hermann Walter von der Dunk hat es zu Beginn der 1990er Jahre relativ gut beschrieben, nämlich, dass jede deutsche Geschichtsschreibung die Hitler-Katastrophe dabei zumindest ganz schräg im Augenwinkel haben müsse. Nun ist es jedoch so, dass genau dadurch viele potenziell große Geister verloren gehen, indem sie überhaupt viel mehr der allgemeinen Botschaft an die heranwachsenden Folgen bei der Fächerwahl in erster Linie auf die berufliche Verwendbarkeit zu achten. Denn Schulen haben im Grunde genommen nur eine einzige Aufgabe, perfekte Arbeitnehmer zu produzieren und kein selbstständiges, kritisches Denken zu fördern. Ich selbst habe unter anderem zuerst zwei finanzmathematische Abschlüsse gemacht, um zu erkennen, dass der berufliche Weg als Betriebswirt zumindest für mich absolut sinnlos ist. Bei mir war es dann jedoch weniger die Geschichtswissenschaft als vielmehr mein Nebenfach Philosophie an der Universität, die mich eben dadurch in den Bann gezogen hat, also die Philosophie, nicht die Universität, dass die Philosophie eben genau die Fragen behandelt, die nicht in eigene Wissenschaften ausgewandert sind. Also eine Residualwissenschaft sozusagen. Beispielsweise sind Physik und Psychologie sozusagen Kinder der Philosophie, denn dort, wo die Philosophie sehr erfolgreich ist, löst sich meistens eine Einzeldisziplin ab, etabliert sich und entwickelt diese Fragen in einem eigenen methodischen Rahmen dann weiter. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Jetzt werde ich langsam warm. Außen- und innenpolitische, gesellschaftliche und soziale Hintergründe hängen stets zusammen. Und in diesem Zusammenhang ist auch vom sogenannten sozialen Gedächtnis die Rede, dass ein Kollektivgedächtnis ist, weil es die erinnerten Begebenheiten der Vergangenheit als Bestandteil einer kollektiven Identität beschreibt. Nun ist es jedoch so, dass das soziale Gedächtnis auch kollektiviert, indem es dem Erinnern und Gedenken des Einzelnen, nämlich auf dem Weg des sozialen Lernens, Inhalte und Formen vorgibt, was und wie erinnert und gedacht werden soll. Und genau das ist zumindest meines Erachtens falsch. Es ist falsch. Denn diskursive Strategien bei der Gedächtnis- und Erinnerungsarbeit, respektive die Grenzen des Sagbaren, wirken politisch mobilisierend. Und was das soziale Gedächtnis eigentlich bewirkt, das ist die vielbeschworene politische Korrektheit. Nun hält die Geschichte aber eben nicht zur politischen Korrektheit an. Und je mehr man sich unabhängig mit ihr beschäftigt, mit der Geschichte, desto mehr offenbart sich die Tatsache, dass das Narrativ der sogenannten Sieger nicht selten uneigennützig und irreführend ist. Und genau das ist es, worauf Nietzsche hinaus wollte, wenn er die verfahrende Historie maßgeblich für die gestörte Gesundheit der bürgerlichen Gesellschaft verantwortlich macht. Nietzsche selbst forderte die Vernichtung der modernen Gebildetheit zugunsten einer wahren Bildung. Zumindest meine Arbeit hier auf YouTube ist von einer dreifachen Verantwortung geprägt. Erstens gegenüber den Fachinhalten, zweitens gegenüber den Vertretern und Institutionen der Wissenschaft und drittens schließlich gegenüber einer Öffentlichkeit, deren Bildung und Wohl der ganze Einsatz gilt. Und fast 10.000 Abonnenten zeigen mir, dass mein Wirken sinnvoll ist. Danke dafür. In diesem Sinne, wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir sehr weiter. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine gute Zeit, bleibt gesund und alles, was sonst noch dazugehört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.